Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Nicht wundern, ich habe gerade meine Haare gewaschen und werde sie mir später dann auch noch mal kurz durchkletten. Ich meine, so oft kletten soll man ja auch nicht und so dies und was, aber ich will sie lieber geklettet haben auf der Arbeit. Muss ja noch morgen arbeiten, dann ist das noch in Ordnung. Ja, auf jeden Fall sitze ich gerade hier wieder auf meinem Bett. Und ich muss mit euch noch einen Glücksgeeks eröffnen. Warte mal, ich muss euch irgendwie mal ganz kurz hier instoffen. Ich muss doch mal kurz in der Stelle. Gucken wir mal, was in dem Glücksgeeks drauf ist, ne? Okay Leute, ready to go. So Leute, ich habe jetzt meinen Glücksgeeks geöffnet und auf Englisch it you're pretty, it's been tasted, but you're rich, you're good. Das heißt, ihre Geduld wird auf die Probe gestellt, aber sie erreichen ihr Ziel. Aha. Sehr schön, danke dafür. Naja, auf jeden Fall, wir essen jetzt gleich erstmal zum Abendessen, also zum Abendbrot. Ich habe noch hier zwei Kinder-Countries. Nein Leute, ich überlege, ob ich nächste Woche mal wieder ein Cheat-Day mache, um zu gucken, wie mein Körper im Moment reagiert, weil ich habe es ja lange, lange Zeit nicht mehr gemacht. Um zu gucken, wie viele Kalorien ich wirklich dann schaffe, ob ich mehr als 6000 Kalorien schaffe oder weniger. Und diese Challenge will ich 24 Stunden machen. Das heißt, von dem Tag, den ich anfange, bis zum anderen Tag. Also eigentlich sollte man das ja doch an einen Tag eigentlich hinbekommen. Also ich würde es schon an einen Tag schaffen, also das heißt, so in vielen Stunden und so. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns später wieder. Ich muss ja noch mit der Hundkasse gehen, deswegen sehen wir uns dann wieder draußen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Oh, Lacki warte doch. Komm, Lacki, komm her. Komm her, Lacki. Ruhig. Hey. Ja, Lacki, das mache ich jetzt nicht damit. Mach Rolle, Lacki. Komm, mach Rolle. Mach Rolle. Ich finde das immer so süß, wenn er das macht, aber dann ist irgendwas... Ja, Lacki. Komm. Trauma, Baby, Trauma. Das ist echt so ein Trauma-Hund. Ja, Lacki. Was soll ich dazu noch sagen? Oh, jetzt bist du in Position hier. In Shape. Komm, Lacki. Ich gehe in den Zug. Wollen wir noch Kaffee trinken im Sera-Forst-Haus, ne? Na, das ist Spaß. Kleine Scherze machen, ne? Ich begebe mich gleich nämlich auf den Balkon, da hinten, wenn ich mit dem Hund raus mache. Eigentlich sollte unser Papa kommen, aber irgendwie wird das wohl nix. Lacki. Lacki. Lacki, Lacki, Humba. Das Wetter mal passend irgendwie. Gott sei Dank, aber es ist dermaßen warm. Da hinten scheint noch die Sonne. Komm, Lacki, eine Runde und das war's dann, okay? Ja, Lacki. Ich überlege, ob ich ihn abmache, aber hinten sind Leute. Das ist ja nicht unser Hund, wie gesagt, Leute. Deswegen soll ich's machen oder nicht? Warte mal, ich mach eine Abstimmung bei Instagram. Komm, bis wieder. Mensch, Lacki. Lacki, der ist ja kleiner als du. Schönen Tag noch. Danke. Also, Lacki, das musste echt gar nicht sein. Was hast du da noch gemacht? Ja, Leute, wie klein der ist. Und du? Großer als der Hund. Big, big body. Also, Leute, bis zum 12er Fuß, was willst du nicht, aber wenn wir hier einmal rumgehen und dann wieder nach unten, reicht dann auch für den Tag. Na, Lacki? Okay. Wir haben jetzt Musik dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn ich zu Hause bin. Tschüss. Tschüss, Renun. Musik M Committee Musik Musik Vielen Dank.